Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Ja, die Krankheitsphase ist vorbei. Gesundheitlich, muss man sagen. Wie soll ich sagen? Ich hab immer noch einen Rotz. Aber ich fühl mich deutlich besser. Ich hoffe, dass ich jetzt soweit überstanden habe. Auf jeden Fall dachte ich mir, komm heute aus dem Main raus. Und zwar ist mir vor kurzem aufgefallen, da ich dabei bin, die 2. Allianz wieder voll zu machen, weil in der 1. Allianz jemand gegangen ist, in der 2. Allianz jemand gekommen ist, wieder gegangen ist, so dieses klassische Hin und Her. Dass viele Spieler einfach aufgehört haben. Gute, wahnsinnig gute Spieler haben von heute auf morgen einfach aufgehört. Und ich dachte mir, wir ergründen mal, warum das so ist und warum es aktuell immer mehr der Fall ist, dass gute Spieler von jetzt auf gleich aufhören. Von daher, los geht's. So, ein großes Problem, was wir sicherlich haben, ist das. Das ist ein großes Problem, warum viele Spieler mittlerweile sagen, sie hören auf. Ja. Es ist die Heldenflut. Ganz klar. Ich meine, damit erzähle ich jetzt nichts Neues. Ja, es ist die Heldenflut. Ähm, es werden permanent neue Helden gedroppt. Man kommt gefühlt nicht hinterher. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, früher war das so gewesen, dass ich, äh, ich sag mal, alle Helden, auch die, die neu rauskamen, mir angeguckt habe, versucht habe zu merken und, ähm, sie auswendig kannte. Ja, also, ich wusste, wenn mir ein Esla gegenübersteht oder ein dieses oder jenes, dann wusste ich, alles klar, der macht das auf alle, der ist so und so schnell, bla bla bla. Ja. Jetzt, weiß nicht, nehmt mal die Hände hoch und schreibt mal in die Kommentare, wer aktuell in der Lage ist, äh, zu meinen, er kennt alle Helden mit Kostüme in- und auswendig. Weiß ich nicht. Hm. Es gibt sicherlich die ein oder anderen Nerds, logischerweise, die das alles, äh, fressen und den ganzen Tag sich nur damit auseinandersetzen. Aber für den klassischen, äh, Spieler und für klassischen Spieler nehme ich nicht mal mich, weil ich glaube, dass ich schon mehr Zeit in dieses Spiel investiere als, äh, viele andere. Ist das einfach, also, ich hab, äh, aufgehört, mir jeden Helden zu merken, ja? Also, ich hab zum Beispiel ihn hier, den hab ich mir kurz angeguckt. Ja, so, 370 und, äh, ne? Und dann macht er 555 und dann guck ich kurz mal hier und stelle fest, okay, also sein erster Schaden oder sein grundsätzlicher Schaden ist jetzt der 70% mehr und dafür ein bisschen weniger, was er draufhaut, wenn er einen Stapel hat. Okay, statistische Werte wurden erhöht. Natürlich wieder jetzt so, dass mit, äh, Limit Break der auch ordentlich von den Werten her mitspielen kann. Also mit Alpha Break, ja? Und dann hake ich den ab. Wenn ich den jetzt nicht angeklickt hätte, hätte ich das wieder nicht mehr gewusst, ja? Das ist einfach, diese Heldenflut sorgt dafür, dass man gefühlt ja fast sich jeden beschissenen Helden angucken muss, der einem gegenübersteht, weil man halt nicht jeden auswendig hat, ja? Zusätzlich kommt aber dazu bei dieser wahnsinnigen Heldenflut, dass du gefühlt gar nicht mehr weißt, wo du beschwören sollst, ja? Ich glaube, das ist so mit ein Problem. Es gibt so viele Portale aktuell, wenn du dir mal anguckst, ich meine jetzt hier just gerade zum Beispiel heute, Samstag, gestern Freitag war noch ein Portal mit bei. Du hast dir, ähm, dieses, äh, Captain Nemo-Dings hier, ne? Also Unterwildnis, Season 4, du hast die Paktbeschwörung, Aufstiegsbeschwörung hast du auch noch, die Elementare, ähm, war, glaube ich, auch gewesen, zusätzlich aber noch hier, was war es gewesen hier, äh, Krieg der Drei Königreiche war auch noch gewesen, plus saisonale Beschwörung, also, äh, so, das ist ein Problem, ja? Warum ist das ein Problem? Die, ich sag mal, die von mir aus ganz oben spielen und wo Kohle keine Rolle spielt, die beschwören einfach, wenn sie einen Helden dort cool finden, bei allen Portalen, ja? Ich glaube, viele haben auch auf meinem Kanal das Reaction-Video gesehen auf 1240 Beschwörungen. Wie man dazu steht, ist erstmal völlig dahingestellt, aber es gibt Menschen, die beschwören für einen Helden so viel oder, oder so lange, bis sie ihn halt haben. Koste es, was es wolle. So. Ich glaube, das ist in der, ich nenn's mal in der Community, die mich guckt, der geringste Teil, der so irgendwie agiert, ja? Wahrscheinlich sind bei mir eher so Leute mit bei, entweder die vielleicht Free-to-Play unterwegs sind, aber auch Leute, die, ich sag mal, eine Neurone investieren, aber ein Limit haben, ja? Sei es, der eine sagt jetzt 50 Euro, der andere sagt 150 Euro, der andere sagt von mir aus 500 Euro, wie auch immer, ne? Aber es gibt irgendwo Grenzen. Also man würde jetzt nicht sagen, okay, ich schieße jetzt 2.000, 3.000 Euro für Beschwörungen aus. So. Und das ist so krass, weil du kommst mit diesen Limits, die du dir setzt, äh, es ist ja verlockend, weil auch hier haben sie ja wieder Helden reingepackt, ja? Und das machen sie ja auch geschickt, ne? Immer mal wieder einen reinpacken, hier so mit Schwefel und ich find zum Beispiel Ferus auch sehr gut, aber Schwefel ist natürlich auch ein Knaller, ne? Ähm, dass du gefühlt eigentlich immer einen Anreiz hast, in jedem Portal zu beschwören. So. Das Schlimme ist aber, das ist das, was ich so, ich sag mal, über, äh, Leingruppen, wo ich drin bin, äh, über auch Reaktionen, äh, mitbekommen habe von Menschen, die mit mir schreiben, ab und zu über Leinen, das gefühlt, es dich eher so erschlägt, dass du eher gar nicht beschwörst. Also sprich, dadurch, dass du nicht weißt, wo, hast du dann vielleicht den Drang, dass du sagst, okay, bevor ich jetzt, nee, also hier in dem Portal, mach ich jetzt doch nicht, ich warte lieber aufs nächste, dann kommen wieder drei Portale und man kann sich gar nicht richtig durchringen. Das führt aber dazu, dass du dann wiederum auch keine Helden wirklich hast, ne, dann auch wieder nicht weiterkommst und so. Also ist, äh, ein Teufelskreis. Aber diese Heldenflut auf jeden Fall ist mit ein Grund, ist mit ein Grund, weil du kannst dich über die Helden nicht mehr wirklich freuen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, mit das, der Hauptgrund, also früher hast du, keine Ahnung, einen Fünfer bekommen und warst noch mega happy, bin ich heute übrigens auch noch, wenn ich einen bekomme, aber es hält nicht mehr so lange an, weil, äh, bis du den fertig gelevelt hast, ich hatte das in einem anderen Video auch schon mal erklärt, wenn du da halt lange für brauchst, den fertig zu leveln, ist der eigentlich schon nicht mehr wirklich was wert. Also du rennst permanent, äh, ich sag mal, den coolsten Helden hinterher, weil sie so schnell nicht mehr up to date sind, ja, und das ist halt ein Riesenproblem, ne, das muss man einfach so sagen. Ich glaube, das fuckt viele ab und deswegen gehen die quasi auch, ähm, aus dem Spiel raus, weil es die elende Mühle ist. Wir kennen die Mühle. Die Mühle ist schon, seit ich dieses Spiel so spiele, ist diese Mühle so. Aber, die Schlachtzahl oder beziehungsweise wie schnell sich das Rad dreht, das hat sich verändert und ich glaube, das gibt vielen, äh, zu denken an der Stelle. Hm. Dann gibt's noch, aus meiner Sicht, einen zweiten Punkt, der wirklich krass ist. Wenn wir heute mal in die Events reingucken, äh, in die Quest, dann stellen wir fest, hoho, wir haben findet Rekruten, mhm, alte Juwelen und wir haben, äh, dieses Weihnachts-Dingsebumse, ja, so. Dann haben wir zusätzlich noch, äh, Unterwildnis, ne, Farmen, ja, so. Das ist ja völlig tiefenentspannt, ja. Wenn du vor zwei, drei Tagen geguckt hast, ähm, dann waren dort, ähm, äh, Wappen, dann waren dort, ähm, Event noch, was du spielen musstest, alles zeitgleich, dann war gewesen noch, äh, hier, keine Ahnung, hier, Umbarberg oder, was weiß ich hier, wo du die Ringe holen kannst, ne? So. Alles so Sachen, die auch wichtig sind, ne? Also, äh, Talentraster ist wichtig, also sprich Wappen, ne? Äh, logischerweise, wenn du Aufstiegsmaterialien umsonst kriegen kannst, ist das auch wichtig, also Umbarberg auch wichtig und so, ne? Du hast eine, eine Flut, achso, hier Goblins, äh, nee, nicht Goblins, was waren das? Super elementar gedönst, war zu dem Zeitpunkt auch gewesen, ne? Das sind einfach so wahnsinnig viele Events, ähm, die auf einen Schlag dabei sind, plus, wenn du das Bedürfnis hast, den Weg der Göttlichkeit, äh, ich sag mal, zu spielen, also Weg der Tapferkeit und Weg der Riesen, hast du ja hier auch Aufgaben, die du erfüllen musst, ne? So, und, die täglichen Aufgaben, jetzt kann man sagen, ja, das mach ich so irgendwie nebenbei, aber nicht jeder kann das nebenbei machen, also du musst schon relativ viel, ähm, an Weltenergie investieren, um die Sachen wegzukriegen, wenn du zum Beispiel super elementar, Dings noch und was nicht alles machst, ne? Also auch jeder hier bei Umbarberg, ich glaube, letzte Level 20 Weltenergie oder so, und umso höher du bist, ne? Wenn du 65 Weltenergie zum Beispiel hast, so wie ich, dann kannst du da einiges mit machen, ohne dass du gleich, äh, verhungerst oder eine Flasche nehmen musst. Aber hat ja nicht jeder, ja? Sind ja auch viele dabei, die, ich weiß nicht, im Level 60 oder irgendwas unterwegs sind und da ist die Weltenergie halt noch deutlich weniger, das muss man einfach mal so sagen. So, was erzeugt aber dieses Ganze? Ich weiß, warum die Spieleentwickler das machen, die Spieleentwickler machen das, damit, ich sag mal, die Nerds ordentlich beschäftigt sind, weil die machen halt den ganzen Tag und nichts anderes, ja? Bin ich, äh, an vielen Stellen überzeugt von, ne? Also, heißt nicht, dass alle, aber viele, äh, investieren ihre Hauptzeit in das Spiel. So, hab ich jedenfalls auch so mitgekriegt, wenn ich mich mit dem einen oder anderen unterhalte. So, und, äh, da ist es dann so, dass ich mir sage, okay, jetzt bist du aber ein ganz normaler Spieler. Einer, der dieses Spiel einfach mag, der auch weiß mit dem Beschwören, der beschwört auch nicht ständig und so. So, und dann kriegst du so eine Latte an Events, an Aufgaben und, und, und. Dann hast du das Problem, es ist eine schiere Überforderung, was jetzt noch gehen würde, wenn man sagen würde, okay, es geht ja, ähm, nur um, weiß ich nicht, spielst du das oder spielst du das, wenn du aber natürlich versuchen möchtest, so viel wie möglich umsonst mitzunehmen. Deswegen spielst du ja den Rotz. Ja? Warum spielst du die Super-Elementar-Quest-Kacke? Die spiel ich doch nicht, weil ich total witzig finde, dieses Ding da zu spielen, sondern du willst die Münzen haben für umsonst. Ne? Ansonsten brauch ich das nicht spielen, weil, kann ich auch mit meiner Zeit was anderes anfangen. So. Aber wenn du das alles machst, hat das mittlerweile im Spiel eine Region erreicht, wo du wirklich massiv Freizeit investierst. Das muss man mal so sagen. Wenn ich überlege, wenn ich abends, ähm, zum Beispiel Turnier spiele, plus noch diese, ähm, also das, was übrig bleibt, an, äh, Weg der Göttlichkeitskacke da mit Überfällen und sowas alles, äh, da weiß ich nicht, also wenn ich das mit, mit vollem Herzen spiele, also mir wirklich auch bei den Aufstellungen Gedanken mache und alles sowas, dann ist da eine Stunde weg. Mal ganz locker. Das heißt, eine reine Zeitstunde, die ich abends vor mir aus dem Bett oder wo auch immer auf der Couch investiere, die ich nicht mit meiner, äh, Familie klassisch habe, mit meiner Frau klassisch habe oder irgendetwas mache, was mich anderweitig glücklich macht. Und da reden wir nur davon. Da reden wir noch nicht davon, dass es eventuell hier, keine Ahnung, dieses, äh, wahnsinnige, äh, Super-League-Event-Turnier-Dings da mit den Überfällen gibt. Da reden wir nicht davon, dass diese ganze Super-Elementarkacke, weil da kommst du im Autoplay halt auch nicht durch, ne, also ist jedenfalls noch nie wirklich probiert, aber ich glaube im Autoplay in den oberen Etagen wird es dann schon langsam schwierig. Ich glaube, da kommt man nicht mehr weiter. Ähm, dass du einfach so viele Sachen hast, dass der Aufwand, den du betreiben musst, um alles mitzunehmen oder so viel wie möglich so hoch ist, dass die Leute, A, ich glaube, ein privates Problem kriegen, weil die Frau vielleicht dann oder auch die Kinder oder wer auch immer mal sagt, Mensch, Papa, kannst du das Handy mal beiseite packen, ja? Und, ähm, zweitens, es ist, äh, Freizeit. Und ab einem bestimmten Punkt fragt man sich oder hinterfragt man sich natürlich, ja, wofür? Also, für ein Spiel, für ein Hobby, ja? Also, was man eigentlich so nebenbei mal vielleicht spielt, wenn man beim Zahnarzt sitzt und auf seinen Termin wartet oder irgendwas. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Es ist unfassbar. Ja? Und ich glaube, dass sie sich mit der Flut natürlich für die, äh, richtig krassen, großen Spieler muss das sein, damit die bei Laune gehalten werden, ja? Aber ich glaube, für viele, ich nenne es mal, Mittelklasse-Spieler, ja? Machen wir es mal in der Region. Ich glaube, für viele Mittelklasse-Spieler, es ist einfach zu viel und teilweise dadurch auch, äh, erschlagend, so dass man dann eher sagt, dann macht man gar nichts mehr. Das Problem ist, machst du gar nichts mehr richtig, fällst du wieder in der Hackordnung von Mittelklasse irgendwo anders hin, ja? Riesen-Problem. Mhm. Und das Problem bleibt halt, also ich persönlich finde diese Flut an Events und alles sowas, ich finde es echt zu viel. Also auch hier, keine Ahnung, ein Turm mit, weiß ich nicht, 75 Level, sag mal, habt ihr eigentlich alle hier litten? Wie lange willst du denn da sitzen? Ja? Und dann höre ich immer von wegen, naja, aber wenn du hier so richtig mit so, wenn du die Helden dann so richtig hast, ne? Also wenn du die richtigen Helden hast und dann so spielst, dann bist du Uplevel, also die letzten von mir aus 25 Level auf unmöglich, oder wie die Scheiße heißt, ja, da bist du dann anderthalb Minuten oder so, da bist du dann durch. Ja, aber es sind auch 25 mal anderthalb Minuten, wenn's gut läuft, plus du brauchst erstmal die Helden und die Items, um das so zu spielen. Das ist ja das nächste Ding. Die kommen ja auch nicht von irgendwo her, ja, so und wenn du die nicht hast, dann kräuterst du da teilweise am Level 5, 6 Minuten rum und so wie ich das mitbekommen habe, ist das keine Seltenheit, ja, in den höheren Leveln, dann kräuterst du da 5, 6, 7 Minuten rum, wenn nicht sogar mehr und wenn du das bei 10 Level machst, das kannst du ja ausrechnen, ja, und dann sind da aber 25 Level oder sonst was, ne? Also, weiß ich nicht. Ich persönlich, äh, bin da kein Freund von, bin da kein Freund von, zusätzlich ist glaube ich ein, ein Punkt, der dort mit reinfällt, der Punkt, dass man zum einen an manchen Stellen merkt vielleicht, dass man nicht mehr mitkommt, das frustriert, das ist einfach so, das heißt, man merkt eventuell, okay, ich kann nicht mehr mithalten, Konsequenz daraus wäre, ich beschwöre Helden, kaufe Material, um meine Helden aufzuleveln, damit ich wieder mithalten kann, ja, ähm, was passiert, meistens kriegt man beim Beschwören nicht das, was man haben will, das heißt, das Frustpotenzial steigt und man kommt wie in so einen Strudel, ja, man kommt in so einen Strudel, man merkt, man kommt nicht wirklich weiter und und und, ja, und das ist halt tragisch, weil wenn du in der Spirale angekommen bist, dann wird das schon schwierig, weil das Spiel, und da müssen wir uns mal einig sein, das Spiel muss am Ende noch Spaß machen, wenn das Spiel keinen Spaß mehr macht, sondern du es nur noch machst, weil du irgendwie mal Geld investiert hast, irgendwann kommt der Punkt, wo dir die Kohle, die du mal irgendwann investiert hast, dir scheißegal ist und dann gehst du halt. Es ist ja am Ende, wenn wir mal ganz ehrlich und realistisch sind, ist es am Ende ja immer dasselbe. Dieses Spiel besteht ja aus Jahren, es gab ja, es gab ja die letzten Jahre keine neuen Aspekte, ja, also es gab sicherlich hier den mythischen Titan, wo sich viele austoben, die Allianz-Quest, wo die ganzen Eventspieler sich dann quasi zusammenrotten in einer Allianz und dann versuchen, gegen eine andere Allianz, wo sich alle zusammenrotten, zu kämpfen und zu zeigen, wer den längsten hat. Das ist auch völlig okay, soll ja auch jeder so machen, aber an sich für den klassischen, ich sag mal so, der, der zum Beispiel gerne Krieg spielt, Krieg der Drei Königreiche, ich glaube, sind alle nur gefrustet, als dass sie wirklich Spaß dran haben, ja, die meisten ebenfalls und ansonsten im normalen Krieg, was ist denn gekommen? Nix. Es ist ein und derselbe Scheiß alle drei Tage, ja, mit veränderten Bedingungen. Heilsalbe, Rush, ja, so, aber ansonsten ist doch nix los. Da gab's mal eine Zeit, da wurde in der Beta getestet und sowas, dass quasi, ähm, auch im Rush, ähm, nicht im Rush, im Krieg allgemein, Farben geblockt waren oder gewisse Heldenklassen oder du dann anders aufstellen musstest, ja, oder dass Helden quasi gepusht wurden, ähm, die irgendeine Fähigkeit hatten, die waren dann halt stärker oder irgend sowas. Ob das alles cool gewesen wäre, wissen wir heute nicht. Aber es kam einfach nicht. Warum hätte man sowas nicht zum Beispiel mal ausprobieren können? Vielleicht hätte es den einen oder anderen, der, weiß ich nicht, zum Beispiel, weiß ich nicht, in Grün besonders schlecht ist, den hätte das eine vielleicht weniger getroffen als das andere, ne, und so hätte sich das wieder ein bisschen ausgeglichen. Am Ende hätte die große Masse, also die, die Haupt, also die, die ganz großen Spieler, hätten alle trotzdem sich da oben gerangelt und hätten ihr Ding gemacht. Aber es wäre mal ein bisschen auflockernd gewesen, ja, es wäre ein bisschen auflockernd gewesen, einfach mal was anders. Die neuen Impulse an sich halten sich doch in Grenzen. Jetzt demnächst kommen 5-Sterne-Truppen, was wird passieren? Viele werden so abgefuckt sein, dass sie, äh, dann sagen, so, jetzt habe ich hier monatelang, jahrelang meine Truppen gelevelt. für mich war es das gewesen, ja. So, und wieder gehen. Gute Spieler, die nicht hätten gehen müssen, eventuell, wenn das Spiel sich anders verhalten hätte. Die große Frage ist immer, wie geht man mit dem ganzen Geschehen um? Mir persönlich fällt es halt extrem auf, dass gute Spieler im Moment gehen und es auch schwierig ist, ähm, gute Spieler nachzubekommen, ja. gibt so die die ganz krassen, die schon auf Level 20, ich meine, wir kennen alle so eine Fotos aus irgendwelchen Laiengruppen, schon gefühlt alles 5-Sterne-Helden mit Alpha-Break haben, ja, aber die wollen ja auch gezielt ganz, ganz oben rein, ne, die rutschen bei einer normalen Allianz nicht einfach durch, äh, wie geht man damit um? Ja, ich glaube, dass da viel mit zusammenhängt, wie das, äh, wie sagt man heutzutage so schön, ja, wie das Mindset zu dem Spiel ist und zu diesem ganzen Dasein, ja, und, ähm, ja, wie mein Mindset dann wäre oder wie ich damit umgehe oder wie ich das so, wie ich, ich sag mal, mit dieser ganzen Flut umgehe und warum ich trotzdem noch meinen Spaß an diesem ganzen Klimbim habe, da erzähle ich euch dann, äh, im nächsten Video, was dann zu dem Thema kommt, ja, und von da bis dahin wäre ich natürlich total gespannt auf eure Kommentare, ob ihr das auch so seht oder seht ihr einen anderen Punkt, warum so viele Spieler in letzter Zeit aufhören? Würde mich interessieren. Von daher, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. mit dem Video. Bis zum nächsten Mal,